recht herzlich willkommen zur 42 folge von towns die zweite staffel wir sind immer noch am bauen von dekorationen um die happiness endlich hochzukriegen aber irgendwie weiß ich auch noch nicht wie es wird aber ja wir haben ja auch nicht so viele hier stehen das muss ja erstmal mehr werden wir hatten ja letzt mal hier als letztes haben wir den wizard jahren struktur gemacht und es geht ja voran so ist ja nicht hier oben waren auch noch einige gemacht worden da kommen sie auch vorbei ich glaube wir sollten hier gucken dass man mit der zeit den berg ab tragen und dafür können wir das auch machen denke ich mal dann haben wir eine ebene wo sie durchlaufen okay wie sieht das denn aus mit den leuten und anziehsachen hier schon was dabei und hier haben sie auch alle was an okay das ist 14 das spiel ist in pause wir haben einen angriff hier sind zwei spiders okay da brauchen wir uns keine gedanken drum machen ohne das ist dann doch zu schnell gut sieht alles ganz prima eigentlich aus 15 bis 32 sind weites end die spinnen haben sie geschafft hier sind auch noch mehr fässer jetzt reingekommen oder dieses ist glaube auch neu ich mache das einfach hier mal frei dass fast für alle sachen ein neuer held ist gekommen aber drei helden gut hier unten im raum könnte noch viel mehr händler sind noch viele blaue sachen der käfig ist auch noch nicht da guck mal da werden wieder neue blumen gemacht 15 wie sieht es denn aus mit unserem lager mit steinen noch ist reichlich da die holen auch immer wieder von unten die sind natürlich dann wenn sie unten sind relativ unhappy weil da unten nichts ist da müssen wir dann überlegen dass wir da unten auch was hin bauen ja aber das kriegen wir alles schon noch hier ist zu ja da ist zu da bauen wir mal wieder eine reihe hin denke ich und die andere seite auch oder wir ziehen es gerade durch machen wir jetzt gerade durch deko außendeko zum einen jahr sturm ist da und das gold das war selber das war aus da da schön immer schiff dass du dort dann kann man das auch überall machen so passt schon okay so jetzt müssen sie es nur noch bauen das kann ich so einfach wahrscheinlich hier oben weggemacht einer steht da noch den wir so noch weg haben wenn der weg ist können wir die nächste etage abbauen obwohl auch plötzlich wir können die hälfte ja schon weg machen auf jeden fall so viel so der eine ist weg dann kann jetzt auch der rest weg so da wird gemacht naja mich interessiert noch wie der runterfällt aber fällt einfach ein tiefer wahrscheinlich geht auf jeden fall ne dies mit happiness 17 und so noch einige etagen der berg ne und da gibt es auch steine den einen macht wieder keiner oder wird da muss ein anderer dran okay dann machen wir das auch noch weg das will er jetzt nicht warum nicht hatte ich was falsches angeklickt oder wie noch mal der so passt wird auch abgearbeitet das macht die happiness 16 die hälfte von 32 die beiden müssen da schon mal weg das ist doch das ist auch schon einer ok wie sieht es hier unten aus ja da sind die hafen alle hingekommen aber die von da sind gar nicht genommen worden die haben neue gebaut auch interessant und dann sollte die happiness auch schneller steigen oder 14 hier könnte auch noch mehr hin die kiste ist schon einer da und da spielt sogar einer schach das haben wir noch gar nicht gesehen dass der club einer drauf saß ich glaube wir können mal decomäßig nochmal den an das ist keine dekoration das ist ein richtiger stuhl den nochmal erneuern da wird er dann nach ne da ist gar keiner mehr ok na egal da müsste einbauen da wird auch ein schweinchen geholt so was macht die happiness 16 so architext table walls are made with this da sind die tiere hier ist die deko zonen waren hier und arena wo ist die arena da ne atelier da ist die arena machen wir mal hier hin und darum kam noch balcony so dann der wurm da rein und und stühle bräuchten wir auch ne gibt es die ja auch ich glaube nicht ne furniture und dann dahin oder wie sehe ich das können das natürlich besser dekorieren erst mal indoor ausleuchten und in die oberen ränge auch nochmal passt dann blumen und tja soll erst mal reichen dann ist man aber am blauen an und rühnen an gucken was die machen gut terraforming brauchen wir nicht gucken wir mal ein bisschen hier ach guck mal ist schon wieder was machbar na passt spiel in pause nein machte den ersten anschein so ne was holten denn da büsche ok guck mal ist schon fertig hier und hier auch wie ist denn mit der happiness 18 keine ahnung wo die alle hinkommen die blumen hier ist auf jeden fall alles jetzt dran wunderschöne hier unten kann noch was hin 19 happiness gut gut hier müsste noch was rein an happiness da wird ja auch immer gearbeitet ne und da oben ist doch noch der unser steinwerkstatt da ist auch noch keine da können wir auf jeden fall eine hafer und diesen vogelkäfig reinstellen den vogelkäfig und hafen haben wir aber wenigstens zwei da gab da wieder an nicht die schifftaste gedrückt und dahin woher bitte schon 24 25 jetzt steigt aber schnell und gerade an den passenden stellen ja das licht läuft ja auch unter deko ne und deswegen wenn die da an der kerze vorbeikommen ist das ja auch dekoration 26 sieht aus als ob die nix an hätte ok vielleicht sollten wir ein bisschen mehr hier inventar machen rüstung ne spider red hat die brustplatte 681 bis 912 und die schon viel mehr und was haben wir hier spider red goblin hat haben wir nicht dann lass uns auf jeden fall das hier machen ich denke das sollte schon besser sein wenn wir das machen gut macht die happiness 26 bleibt momentan stehen ok hier unten das können wir erstmal wieder weg machen raw materials vielleicht machen wir hier noch so ein kleines depot für furniture hin mit der alles eingelagert dann ne gar nix kann aber eigentlich alles rein ne dann sehen wir auch was wir haben oder nicht haben man hätte wahrscheinlich hier alles abwählen alles anwählen können genau so ist es super hier ist noch nix passiert hier unten sind sie alle fleißig am arbeiten wie sieht es hier aus ja alles weg auch weg auch weg geht nicht weil ich nicht angeklickt habe ne gut fast gut da wird auch abgearbeitet dann irgendwann sind wir dann da durch oh das ist auch schon wieder fertig dann machen wir da gerade noch eine Reihe hin und dann soll es aber auch für die runde heute wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann 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 Vielen Dank.